hallo und herzlich willkommen hier in thüringen wir machen jetzt die ernte schließen die ernte jetzt ab auf feldnummer 45 und den rest den kollegen stellen mal ein was ihr weiter macht und wir fahren mal unseren traktor weiter die anderen müssen die erfolge macht werden das wird nicht passieren das ist ja ich habe da ja nun selber gefahren und eingestellt wird sich dann nichts jetzt kommt der dritte binde helfe rhein helferlein rhein ich werde mal ich werde nicht warten bis er was macht sondern einfach mal tun das schaffe ich außerdem alleine zum glück dem ende nahe hoch sehr kaputt aber gut jetzt deswegen sagen wir reparieren jetzt machen wir mal nicht immer sehen dass wir bald hell kriegen dass wir jetzt krameter lehrgefahren bekommen wir hier nächsten tage die wissen was noch im lager ist an hexte gut auch rein fahren kann nicht allzu viel sein hoffmann beste dann sehen wir dazu da wird alles die waren verkauft versorgt bekommen also runde bgh rein teilweise die lage und teilweise globalen markt wir haben noch vier millionen liter ungefähr bisschen mehr wie viele liter im silo geplant hatte ich dafür eigentlich körner weiß so hatte ich vorgehabt aber das wetter hat nicht so mitgespielt ich hätte das jetzt in diesen sechs stunden nicht geschafft körner meist zu er und und die soja hat er nicht ran und dann müssen wir so machen wie es ist alleine er hätte mehr fahrzeuge haben müssen also wirklich 3 3 dazu die hier gearbeitet hätten teilweise und 42 und auf der 38 zum dritt körper weiß und dann wirklich abfahrer weil meistens ja auch eine hohe ertragsmenge das ist jetzt äußerst äußerst blöd aber gut du brauchst auch nicht mehr helfen wahrscheinlich auch der helfer nicht mehr aktiviert also kann auch sein dann haben wir es hier fertig ne gott verdankt auch jetzt können wir schon mal auf geschwindigkeit gehen auf auf 15 jetzt der regen kommt plötzlich das könnte passieren wäre es egal um 0 uhr hat er vorher sage gesagt um 0 uhr und jetzt ist es zähne der letzte meter wird jetzt oder komme ich durch da wird nichts muss ich mir drum herum fahren und gelben geben wir es an und machen es aus und gibt das leider fangen wir an soo wie ist er dort jetzt sind wir fertig naja gut fast soo Lüste! Fertig! 47 ist fertig. Lagerzeit. Gleich mal leer machen. Dann die anderen drei leer machen. Ach, eine 3, alle 2. Und dann haben wir es geschafft, ne? So, den nächsten gleich. John Deere. Als guter Adler gelästert. Wie ist das? Oh, hier drin ist er. Entschuldigung. Die ganz weg. Ich muss einmal die Tür zu machen, naja. Ich habe ein bisschen geluftet. Frisch Luft, ne? Jetzt gibt es nicht. Jetzt hau da ab. Das ist ja ein Ganovel. Ich werde mal Pause machen wegen mir. Das ist auch eine freie oder freche. Keine Ahnung. Kann man ja nicht erkennen, ne? Das ist ja auch ein Ganovel. 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 So, kriegen wir noch alles rein. Entdecken wir schon mal. Das ist ja auch drin. Das ist keine Ahnung. Ich schuldige noch nichts. Dann darf er gleich. Dann stellen wir gleich um. So. Beladen, beladen, abladen. Beladen, 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 beladen. Was ich hier noch ändern werde, ist, wenn man sich hat, Ordner anschauen, ne? So, es fährt der Richtung. Höf. Und dann schauen wir gleich mal hier nach. Den schicken wir auch zurück. Den schicken wir auch Richtung. Hof 5, ne? Hof 5, ne? Das ist der Spielstand von... Hof 3 haben wir nicht mehr. Beladen ist Quatsch. Feld 10 ist auch Quatsch. Feld 12 ist ideal, ne? Habe ich das? Feld 12, 8, Feld 10, 11, 12, 13, 5. Wie auch komisch. Das wäre ganz schlecht. Wir schicken mal einen Wald rein. Da können wir ja später mal... Häckseln, wenn man Lust und Laune haben, ne? Zeit haben, vor allen Dingen Lust haben, die weniger Laune. Ich würde da lang, passt. So, gut, Zeit. Wir werden mal schauen, ob wir die Fahrzeuge jetzt einen Beruf kriegen. Dazu gehen wir jetzt, bei 0 Uhr gehen wir auf 30, und dann starten wir mal ganz kurz. Dann gehen wir auf Schmeizwerk mit G. Lassen wir die die Räder raus. Die Deichsel. Dann machen wir mal runter. Abla. Abla. Nicht Abla, nicht. Einfach ausklicken. Ich bezweifle, dass alles automatisch geht, ne? Hinten hat er kein Licht, das ist schlecht. Dann fahren wir mal Richtung Hof. Ab nach 0 Uhr werden wir jetzt sehen, dass wir da binnen Schneiderkoperator rankommen werden. Gas geben. Weil notlos meistens sind Rechnungen hier mit Lohn und so, da würde ich mich nicht so schnell fahren lassen. Sondern, äh, siehst du, jetzt haben wir einen am BGH, das ist nicht so viel. Zichtkosten, Leute. Das ist jetzt auch egal. Lohnzahlung. 0 Uhr soll ich reden, komm. Deswegen mache ich so einen Stress hier. So, gehen wir hoch auf 120, ne? Möge es hell werden. Mal schauen, ob der Regen kommt. Das kann nicht lange dauern. Ha, da ist schon ein Symbol schon so nass. Das war der richtige Zeitpunkt zum Aufhören mit der Ernte. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Die Straße haben wir mal gefunden. immer eine Karte schauen, ob wir da wirklich sind. Ja, Regen. Ja, das ist nicht richtig. Also, Regen ist ja angesagt, um es eh zu feucht. und da haben wir den Regen um halb drei ein bisschen später als vorhergesagt. War eh zu nass, ne? Vorher schon. Und von von Luftfeuchtigkeit denke ich mal, dass wir Bohnen entsprechend dann auch oder hier die die Bohnen auch entsprechend dann nass werden, ne? Nase juckt. Wie immer. Das ist Folge Nummer vier. Wahnsinn. Ein Grad und fünf Grad. Also hier ist es schon verdammt kalt. Ich bin ja gespannt mit unserer Silage, ob ich die jetzt gut gefahren bekomme noch. Denn wenn da nämlich Schnee fällt und Schnee liegt, dann ist das echt beschissen. Anführungszeichen. Weil ich doch liege schaufe und ja auch gerne Schnee auf, ne? Und dann steht da Ding nämlich leer. Jetzt haben wir vier und neunzwanzig. Und heute bin ich da noch nicht durch sein. Glaube ich nicht. Aber eher die nächsten Tage. die Fahrzeuge noch alle zurückbringen. Zumindest auf Feld Nummer zwölf. Mal gucken, dass die Fahrzeuge ich kann die Fahrer lassen. Die werden hier oben sein. Sollen sie fahren noch. Hier haben wir drinne. Nicht schlecht. Können wir was einrichten, ne? Den können wir nehmen. So. Was nehmen wir noch am besten, ne? Erstmal an einem Modus. So, beladen? Na krass nicht. die Lage. Und zwar beladen. Per meter abladen. Globaler mag werden Optionen, aber nicht unbedingt. Ich will das Geld hier verdienen. Bilan, abladen. Die Lage BGH. Die anderen dürfen gerne. Leute, es ist weiß. Es gibt es nicht. Es ist weiß. Nein. Der Schnee ist da. Wo kommt der jetzt her? Den parken wir erstmal und zwar auf dem Feld. Das war ja nun gar nicht geplant. Da haben wir die Scheiße. Alles glatt. So, vor 1 bis 5 Grad das kann doch gar nicht sein. Normalerweise. Ja, da kann er stehen bleiben am Feld, wo Feld ist. Ah. Wir müssen mal sehen, dass wir mal ja, das passt. Ich muss mal die ganz aktive Ware aussuchen. Also die kosten jetzt immer das Geld. Silage. Apropos Silage. Da haben wir den Mist. Viel liegt ja nicht. Müssen wir schauen. War da schon auch noch als waren sie ok gehen wir runter auf 5 nichts passiert. Nichts passiert. da kann man sich dass wir fahren eine ehrenrunde er war mehr gut das ist klar wo er ist wissen wir da steht er und hier kommt auch nicht klar materie aber er fährt und er steht der hat die kohle gekriegt keine mit der reifen also noch ein global markt einbringen und deine herr also mit dem winter habe ich gar nicht rechne dann lasse ich mal wissen fahren ich wollte gucken wie die tiere wenn die tiere versorgen dann wird es auch noch ganz wichtig aber die folge hier vorbei so geschaut das soll es auch heute gewesen sein ich sag mal schön dank fürs reinschauen morgen ist weiter auch mit hoffentlich nicht aber das sieht so aus das war ja nicht geplant wir haben das später herbst leider wieder weg das ist natürlich was möglich ja ja morgen geht es hier weiter in thüringen ich hoffe ohne schnee tschüss